Da ist wieder einer, der für die Konzerne die Drecksarbeit macht. Zeig dem, was wir mit Konzernfreunden machen. Ich ritte nicht mehr viel aus. Was hat er denn gegen Konzerne? So ein Bettestudent, der es so nichts gebracht hat bisher, oder? Ja Leute, herzlich willkommen zurück, zu Darkstar 1. Tja. Terminal. Was ist denn jetzt der Schlauße eigentlich hier? Erstmal ist der Schlauße ja... Geld zu verdienen, damit wir unser Schiff raufrüsten können, ne? Eventuell können wir das auch schon noch befrüsten. Geschütztürme. Da liegen mir noch nichts, ne? Nachbrennerbooster. Landecomputer. Ja, das wäre alles ziemlich krass verschwendetes Geld. Wir wollen jetzt erstmal einen zweiten Laserbeck aufreißen. Das macht erstmal am meisten Sinn. Waffen aufrüsten, ne? Denn Angriff ist die beste Verteidigung, wenn man so schön sagt. Ja. Nun denn. Bereit zum Ausladen. Jetzt müssen wir ja erstmal wieder irgendwo hin, ne? Dorthin. Ins Yari-System. Hey, passt auf! Und da gibt's Piroa. Alles klar. Alles klar, ja. Alles klar. Das alles klar ist. Du musst sie angreifen, denke ich. Ich muss sie angreifen. da sind aber noch welche so weit da hinten die Wartezeit ist eine gute Gelegenheit für eine Meditation die warten da ja regelrecht weil dieses Zeitdingen ist dann auch einmal vorbei da brauchen wir noch einen Abbrenner da geht ein bestimmtes Areal nicht Patrouille an fremdes Schiff Sie werden auf den Besitz illegaler Waren gescannt haben sie was zu verbergen oder wieso entziehen sie sich dem Scanvorgang ja wo seid ihr denn ja immer gab es andere Sachen zu tun hier da ist wieder einer der für die Konzerne die Drecksarbeit macht zeig dir was wir mit Konzernfreunden machen ich halte dich für viel aus ich halte dich für viel aus So ein Battlestudent, der es so nichts gebracht hat bisher, oder? Deswegen wurde er wohl auch Piraten, oder? Aber ob wir jetzt hier ein Artefakt finden, in dem Asteroid? Ich glaube, wenn wir in so einem Asteroid, dann kriegen wir so eine Meldung, wenn wir in so ein System reinkommen, oder? Das sind dann noch mal genauer Gründen. Jetzt fliegen wir doch erstmal zur Handelsstation. Ich kann hier gerade das Interessant nur nicht machen. Aber jetzt geht's. Ich glaube, ich weiß so viele Asteroid, die gefährlich sind. Irgendwann ist dieser Lande-Computer dann nochmal mega praktisch, weil das hier nämlich ziemlich nervig werden kann. Mit dem Landen. So, Maim gespeichert. LP. Batsch. Kriminelle. Gestorne Güter. Sabotane. Ärger mit den Kriminellen. Hm. Ich habe schon verbruchte Piloten miteinander. Ich habe einen ordentlichen Kopf hier drauf. Haben wir. Ja, was kann man denn machen? Wir können tatsächlich mal so ein Lande-Computer einbauen, tatsächlich schon. Ansonsten gibt es auch gerade gar nichts. Können wir schon wieder abfliegen. Wir brauchen halt Artefaktor, um ein Schiff aufzurüsten. Alte Position. Pass auf mit der Ladung. Dafür steht mal fest. So, ein WK-System war mir noch nicht. Das passt sich. Hm. Hm. Ja, boi. Du bist tollkühn oder dumm. Hierher zu kommen, schreit nach Ärger. Mehr Ärger, als du vertragen kannst. Ich vernichte dich. Alle Schäden versagen. Du hast unseren Boss getötet. Jetzt bist du dran, Freundchen. Jetzt bist du dran, Freundchen. Wieso? Wer ist angegriffen? Du bist erledigt! Komm! Ja, hast du dir so gedacht? Da ist der Typ! Er hat den Boss erledigt! Dafür zahlt er jetzt! Aber das Schiff ist ja ein bisschen weg, insofern. Da kommt er mal her, ja. Was zum Enger war das? Entkommen werdet ihr nicht! Rettet ihr auf null! Alles noch handelbar hier. Alles noch handelbar hier. Roger! Setze Kurs! Hier ist die Handelsst... Landeerlaubnis wurde erteilt! Ja, und wie nutzt man noch den Landepunkt, Yuga? Das ist jetzt die Frage. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Eigentlich ist er ja verbaut und das funktioniert, ne? Ich habe Landeerlaubnis und müsste landen können. Wie geht das noch? Da finden wir noch aus. Eigentlich... Wirtschafts- und Chef. Die Zulieferindustrie der Schiffswerften hat derzeit volle Auftragsbücher. Ja, verbaut ist er ja, ne? Es führte schon zur ersten größeren Preissteigerung. Ich halte automatische Landung nach Landefreigabe. 1 U. Hm. Ja gut. Wirtschaft in Kürze. Die Zulieferindustrie der Schiffswerfen hat... ...zeit voller Auftragsbücher. ...das ist doch mal ein Auftrag. Da kann man erstmal Money verdienen. Cool System haben wir auch schon. Da gibt es auch keine Artifakt mehr. Da wird eine schnelle Geschichte mehr. Oh, da können wir ran hier. Du willst dich mit mir anlegen? Das wirst du nicht übernehmen. Das ist ein schwieriger Jahr. Ach komm schon. Ja, da können wir auch alle Licht. Jetzt fangen wir an richtig Geld zu verdienen hier. Wie es aussieht. Auf 1,0 müssen wir warten. Dann können wir automatisch landen. Schauen wir mal. Wir sind da sicherlich, wenn ein Baden auftut. Oder nicht. Patrouille an fremdes Schiff. Sie werden auf den Besitz illegaler Waren gescannt. Alles in Ordnung. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Hier ist die Handelsstadt. Landeerlaubnis wurde erteilt. Ja, aber landet nicht automatisch. Hm. Tja, ich weiß nicht mehr wie das war. Wie das ging. Bitte beachten Sie, dass der Verkauf von Androiden an dieser Station illegal ist. Reichweite als ohne automatische Landung. Übernimmt den Landanflug eines Schiffs, sobald sich das Schiff innerhalb der angegebenen Reichweite befindet. Kann die automatische Landung über die Benutzen-Taste aktiviert werden? Landerlaubnis wird automatisch eingeholt, sofern das Strafenregel ist noch nicht so. Was ist denn jetzt bitte die Benutzen-Taste? Das müssen wir noch eben mal ergründen. F. Okay. Dann starten wir jetzt einfach mal und versuchen mal zu landen. Hm. Bin ja in der Auge noch dran, ne? Jetzt einfach F drücke. Aha. Okay, so geht das. Da kommt bestimmt noch mehr. Noch andere Sachen. Wofür wir halt diese F-Taste brauchen? Ja, kriegen wir bestimmt alles im Griff. Kommt drauf. Ja. Dann verabschiede ich mich da erstmal hier an dieser Stelle und sag bis zum nächsten Mal. Ja. 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 Ja, das war's. Ja. 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 Vielen Dank.